Okay, zurück zu Pokémon, Portal und die Nötigkeit, Mistwidanschen. Ja, so kann man es auch drumherum sagen. Gut, wir machen weiter. Wir sind noch mittendrin in Vorbereitung fürs erste Abenteuer. Wir kamen da zurück und ja, unser Hausbau steht kurz bevor. Schmacki, beeil dich. Christian ist da ganz schön aufgeregt. Die Freude über dein eigenes Haus ist wohl riesig. Und zwar wirklich riesig, aber ja. Ja, ich kann es kurz danach fühlen. Wir sind zurück. Zurück in Raststadt. Lass uns nur straks zur Streepolik gehen. Warum? Hey, passt doch raus. Entschuldigung. Ich bin der Schneider. Ich muss da mal weiter. Ich bin ganz schön erschrocken. Was ist mit dem los? Das ist ja auch egal. Schmacki, beeilen wir uns lieber. Oh, und habt ihr die Aquamarin? Klar doch, in der Höhle waren zwar ein paar fiese Gegner, aber wir haben es geschafft. Gut, für euch versprochen ist versprochen. Ich werde euer Haus bauen. Hurra! Aber erst bekomme ich die Aquamarin. Also zeigt schon her. Natürlich. Nano? Was ist? Die Aquamarin sind weg. Sie sind plötzlich verschwunden. Was? Seltsam. Ich bin mir absolut sicher, sie eingepackt zu haben. Jetzt kann ich sie nirgends finden. Streepolik! Na sowas. Ihr wart also gar nicht in der Höhle und habt die Aquamarin geholt. Wenn das so ist, kann ich euch leider keinen ausbauen. Aber wir haben die Aquamarin wirklich geholt. Du musst uns glauben. Wenn dem so wäre, hättest du sie mir doch jetzt gegeben, oder nicht? Na ja, was soll's. Ist ja nicht so schlimm. Dann geht ihr eben nochmal. Dann geht ihr sie eben nochmal holen. Viel Glück. Ja, aber... Zu verdächtig, dass die Kratzen verschwunden sind. Das ist wirklich merkwürdig. Ich bin mir sicher, sie mitgenommen zu haben. Das ist in der Tat komisch. Ich habe auch gesehen, wie Christa die Aquamarin eingesteckt hat. Auf dem Rückweg ist Christa die ganze Zeit vorweggelaufen. Wenn ihr Aquamarin runtergefallen, habt ihr sie mitbekommen. Ich verstehe es zwar wirklich nicht, aber grün bringt es jetzt auch nichts. Lass uns noch einmal losziehen und ein paar neue Aquamarin holen gehen. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Ihr wollt wissen, ob ihr eine blaue Steine umlagen? Nein, das heißt, ich wüsste. Hattet mal blaue Steine, sagt ihr? Meint ihr, würdet ihr einfach mal reden in der Felsenhülle? Das ist ja Wahnsinn. Wenn die hier rumgelegen hätten, hätte sie mir sofort geschnappt. Interesting, dass du das schon zugibst, Kumpel. Das ist ja in der Stadt, das ist köstlich. Ich bin jetzt im ersten Mal hier in der Stadt. Doch ich habe bereits mein Herz an diesem Zaubernord verloren. Doch der schöne Schein kann trügen. Besser man ist auf der Hut. Hier sind drei Anteuer, die immer gemeinsam auf die Expedition gehen. Ja, Pflanze, Feuer, Wasser. Gutes Team, ja. Das ist wirklich merkwürdig. Ich bin ihm ganz sicher, sie mitgenommen zu haben. Aber grün bringt es auch nichts, das ist doch einmal losziehen. Na, naja, vorhin haben wir das vorhin schon gesagt. Klingeln werden brauche ich jetzt erstmal nicht. Hm, Nanu? Ist Pokémon da? Es ist doch das Pokémon von vorhin. Na klar. Vielleicht hat Christa die Aquamarine ja beim Zusammenstoß fallen lassen. Und vielleicht kannst du dieses Pokémon ja uns etwas dazu sagen, wenn wir es fragen. Hm? Was hast du, Schmacki? Wie? Wir sollen das Pokémon von vorhin fragen, ob es etwas weiß? Verstehe. Falls wir die Aquamarine wirklich auf dem Rücken verloren haben, dann könnte dieses Pokémon ja als du es gefunden haben. Wenn wir es weiter rumteudeln, fällt ihm es noch aus den Augen. Schmacki, zack ich jetzt. Hey, mach das bitte. Wer ruft denn da nach uns? Ach, die Prakti-Balk. Wir müssen doch, wir müssen uns bitte entschuldigen. Wir haben es gerade sehr eilig. Wir wissen Bescheid. Ihr folgt Zurokeks, nicht wahr? Zurokeks? Da war jetzt dieses Pokémon neben. Das heißt Zurokeks? Ja. Wir wissen auch, wohin er will. Hä? Er ist zum Wandelpass gegangen. Dort findet ihr Zurokeks. Genau. Und ihr Knirpser? Also ihr solltet auf jeden Fall schnell dorthin begeben. Befolgt Zurokeks und holt euch zurück, was euch gestohlen wurde. Holt euch die Aquamarine zurück. Die Aquamarine wurde uns gestohlen. Es passierte, bevor ihr in das Restaurant getreten habt. Als Zurokeks dich von hinten angerepelt hat. Meine Gelegenheit hat eure Aquamarine gestohlen. Was? Aber Woher wisst ihr bald das? Weil wir Bitte verzeiht uns. Ihr habt wirklich keine bösen Absichten. Hey! Was ist die Valleys? Weg sind sie. Ich weiß zwar nicht wirklich, was das Ganze soll, aber die Pratibag haben uns aufgefordert, die Aquamarine zurückzuholen. Und gesagt, dass dieser Zurokeks sie uns beim Zusammenschluss gestohlen hat. Beim Zusammenschluss mit Zurokeks? Diesen kurzen Augenblick, dass sie uns gestohlen haben? Aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Pratibag uns anlügen. Schmacki, am besten wir verfolgen Zurokeks und sehen, was das zu sagen hat. Zurokeks soll doch zum Wandelpass gegangen sein, oder? Ich vermute mal, wir kommen von der Kreuzung aus dorthin. Also gehen wir zur Kreuzung. Okay, dann wollen wir uns mal rasch auf die Verfolgung begeben. Und zwar zum Wandelpass. Diese Straße führt geradewegs zum Wandelpass. Los! Lass uns den Wandelpass aufnehmen. Der nächste Dungeon ist der Wandelpass. Ach ja. Was ja auch neu ist, wenn ihr gewisse Pokémon haben, also ihr findet auch draußen Pokémon, wenn diese berührt sozusagen, erscheinen diese Kampffelder. Das kann ein Pokémon sein, das können auch, wie gesagt, zwei Pokémon sein. Das ist, wie gesagt, auch immer etwas, das es mittlerweile neu gibt im Mystery Dungeon. Diese Kämpfe außerhalb, sozusagen. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, ein Scheit, äh, eine Plattform. Das ist auch ganz interessant gemacht. So, das müssen wir jetzt quasi mehrfach machen. Möchtest du über den Baumsturm für den Kleider und weitergehen? Ja. Ich glaube, also mal als Funfact, mein first playthrough hatte ich, glaube ich, soweit ich mich entsinnen kann, ähm, mit Pikachu gehabt. mein Partner war, glaube ich, Otaro. Wenn ich mich gerade richtig entsinne. Das war jedenfalls ein kleiner Funfact zu meinem first playthrough. Ich liebe es einfach, dieses Pokémon Spin-Off. Das ist, wie gesagt, mein absoluter Favorit unter den Spin-Offs. Wird es auch, denke ich mal, ewig bleiben. Es gibt momentan keinen neueren Teil. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Es hat auch eine recht umfangreiche, coole Story. Mystery Dungeon allgemein. Und vor allem emotionale Endings hat das Spiel auch. Das hat man ja gerade im Himmel hat man das ja gemerkt. Also im Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel und so weiter. Oder vor allem das in, ähm, ja, Team Rot und Team Blau. Das war ja auch verdammt schön. Traurig fallen, Mocteils. Gerade am Ende. Auch wenn alles gut ausgegangen ist, dann. Emotionaler als manch andere Pokémon-Spiel, die ich kenne. Was ist hier noch? Ah! Goldbahn. Echner Toll aus der Stadt ist auf der Suche nach Goldbahn. Tauschen mit ihm und du kannst dabei seltene Items erhalten. Hm, noch mehr Goldbahn. Das können wir später auch mal eintauschen bei Echner Toll. Da kriegen wir interessante Items zugespielt. Zuerst müssen wir uns aber das zurückholen, was uns gehört. Nämlich erst mal Level Up. Aber nein, unsere Aquamarina, die uns ja gestohlen wurden. und Christa hat auch Level Up bekommen bzw. Serpify. der Fall. Und fahren schluss macht uns beide etwas langsamer, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Hinweis, das Ziel ist schon sehr nah. Nur ein kleines Stück Vorsicht ist geboten. Hier finde ich auch ein Lagertor. Hier können Items geordnet werden, bevor die Expedition weitergeht. Außerdem, an Ordnung von Dungeons, an denen sich Lagertoren befinden, kann der Spielstand über gespeichert werden. Speichere so oft wie möglich dein Spielstand über das Menü. Okay, ja, das sind sogenannte Zwischencheckpoints. Hier können wir unser Geld ein bisschen ablagern. Und halt ein paar Items ablegen. Dann mal Einzelwahl. Wir können aber auch alles auswählen. Wir können aber glaube ich auch irgendwie... Ja, mit den Schultertasten können wir die... Also ich habe jetzt die R-Taste gedrückt, aber da können wir nämlich die Items nochmal markieren. Die wir halt... ablegen wollen. Und die sind auch abgelegt dann. Und wie gesagt, wir können hier speichern. Dann lasst uns weiter irgendeinen Zug suchen. Ich hoffe ja, derzeit mich irgendwann Kugelsaat beherrschen wird, weil das ist eine starke und gute Attacke. hier zumindest. Und... Ja, dieses Spiel hat es nicht ganz so mit Typen-Effektivität. Wir können es ja mal bei einem Boden-Pokémon irgendwann testen oder keine Ahnung, wann noch. Na ja, obwohl doch, es ist schon eine gewisse Effektivität vorhanden. Zum Beispiel Wasser-Pokémon ist anfällig gegen Pflanzen-Pokémon etc. Es gibt hier schon doch die Typen-Effektivität. Wie man sie halt von Pokémon kennt. Und das ist ein Plosiv-Samen. Den können wir beim Bosskampf schmeißen. Sollten wir vielleicht auch. Also ich heb die mir ganz gerne für Bosskämpfe auf, weil die machen doch ganz guten Schaden. Diese Items. Und guter Damage ist hier wichtig. Und wer schon mal ein Rollenspiel gezockt hat, der weiß das im Grunde auch. Wie wichtig so. Gute Damage ist. Komm schon, Daphify. Du schaffst das. Ja, gut. Das war wie dieser Status am Götzweck. Ach ja, das Suchen nach der Treppe. Der Mystery Dungeon Klassiker. Da haben wir auch noch einen Raum. Bei der Grünwerde habe ich auch noch einen Raum. Oder ist das ein Gang? Der F1. Rausfinden. Ersten Gang. Ich habe einen Raum. gesehen, dass die Ordos sozusagen die Schanderas sozusagen sind in der Einhalte-Region im Anime. In dem Schwester Joy. Die irgendwie auch anders aussieht. Hey Schmacki! Weiter vorn scheint sich ein wenig aufzuklaren. Lass uns weitergehen. Oh, Sino! Endlich! Das Surrogix, wir haben ihn! Komm schon, Schmacki! Wir stellen ihn gleich zur Rede! Da kommt jemand! Ich fass es nicht! Was? Wir sollen uns verstecken? Was soll das auf einmal? Hä? Jetzt hab ich auch noch flüstern? Was ist denn hier los? Was? Aber das ist doch Stripoli! Es hat Stripoli verloren! Tut mir leid, es hat etwas länger gedauert. Noch langsamer ging es wohl nicht, wie? Lass uns zum Geschäftlichen kommen! Kommt nicht so! Sieht, es soll uns ja keiner auf die Schliche kommen. Ist ja gar nicht so leicht, diese Nummer hier sicher über die Bühne zu bringen. Aber du wirst doch ganz der Alte! Einmal Gauner, immer Gauner, was? So! Wo ist meine Kohle? Leg dich wieder ab! Ich stehe jetzt in meinem Versprechen! Warst du eigentlich früher auch schon so abgierig? Abgierig? Das ist doch der Richtige! Mit der Aquamarine kannst du im besten Unsummen verlangen und dir so eine goldene Nase verdienen! Verglichen damit ist der läppische Betrag, mit dem du mich hier abschmeißt! Blanker Hohn! Nicht mehr als ein Tropfen mit einem heißen Stein! Hm! Tja, ganz plötzlich du damit gegen Mama ist es nicht! Natürlich können die auch selbst in die Felsenhöhle gehen und mir welche besorgen! Aber das ist mir fast zu brenzlig! Da kam ein Hilfangebot natürlich wiegerufen! Das ist für mich einfach und schneller! Ich werde dafür sorgen, dass mir diese Schlachtköpfe weitere Sterne besorgen! Und dann werde ich dich wieder um die übliche Bezahlung bitten! Wie bitte? Du willst diese Tölpel noch einmal loschicken? Ganz genau! Immerhin sind sie dumm genug zu glauben, dass ich ihnen ihr Häuschen bauen werde! Auf diese Weise kann ich sie müssen alle Ewigkeit Aquamarine daran schaffen lassen! Im Ernst? Boah! Bist du abgebrüht? Bist du ein großer Traum sich ein eigenes Haus zu bauen, oder? Sie werden sich in ihren Traum klammern! Denn ... Ja, ich muss kurz den Schnitt setzen, weil ich kurz weg musste! Sie werden sich in ihren Traum klammern, den du ihnen nicht erfüllen gedenkst und dir auf ewig neue Steine bringen, in der Hoffnung eines Tages gelungen zu werden! Wenn bloß Gedanken muss ich schon heulen! Hast du gar kein Herz! Soll ich etwa losflennen? Wegen eines wegen einer solch wegen solchen Nichtigkeiten oder Nichtigkeit? Halt du lieber mal den Ball flach zurückheckst, weil du dein Geschäft den besten kennst und du auch kein Skrupel! Wo du recht hast, hast du recht! die Miesen Schufte! Was? Was hat die beiden hier verloren? Wir sind so gespissier gefolgt! Strepoli! Dass du dich schämst, uns so andersrum zu führen! Ach was! Was ist dem Leben schon gerecht? Ehrlich, werdet am längsten! Wahr einmal! Eure Träume sind schuld daran, dass ihr nichts, dass ihr hinters Licht geführt werdet! Wer anderen auf den Leim geht, ist selbst schuld! Ihr seid noch auf die Stiche gekommen! Ich habe meine Maschine durchschaut alle Achtung genieten! Und nun? Was habt ihr nun vor? Wollt ihr es einfach mit uns beiden aufnehmen? Wer sich sein halbes Leben lang in der Unterwelt getummelt hat, der ist mit einem Wasser gewaschen! Er hat gewarnt! euch mehr gesehen oder liebt, als ihr es euch in kühnsten Träumen vorstellen könnt! Ihr Würstchen macht besser einen Abgang! Das hättest du wohl gerne! Dabei habe ich jetzt wohl nur mit euch pfeifen gemeint! Ihr habt wohl den Verstand verloren! Mir sollt es recht sein! Dann werden wir euch jetzt eine Lektion anteilen, die sich gewaschen hat! Ihr werdet es noch bereuen uns herausgefordert zu haben! Auf geht's! Okay, jetzt dürfen wir es mit den beiden aufnehmen! Warte mal ziehen weiter! Näher! Dann sollte ich mich vielleicht mit den eines packen heilen! was gerade nicht ganz funktioniert hat! und sollte mein partner vielleicht mal heilen Ich hab die restlichen abgelegt, verdammt. Oh gut, der eine ist schon mal weg. Okay, das wird jetzt... Ziemlich knapp werden. Ah, ja okay. Das war abzusehen. Nur Glück gehabt, ihr habt keines auch Items verloren. Das war wohl nichts. Das ist nicht gut gelaufen. Aber das will ich nicht auf mir sitzen lassen. Lass uns noch einmal zurück... Zurückhex und Streepo legehen. Na schon, Maki. Spiel speichern. Sollts erstmal eine Pause machen. Ähm... Ja gut, wir haben mal drei Silibären, das ist recht in Ordnung. Ähm, ich würde sagen, Leute, nächstes Mal versuchen wir nochmal uns mit dem Bein zu messen. Und hoffentlich klappt es beim nächsten Mal besser. Als dieses Mal. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und. Ich könnte dir sein, das ist mal hier.